Wie kann man diese hitzigen, kontroversen Diskussionen über Lützerath und die Folgen wirklich gut verstehen? Meiner Ansicht nach gelingt das nur, wenn man zwischen moralischen und politischen Handlungen unterscheiden kann. Dann zeigt sich, dass moralisch alles eigentlich relativ klar ist. Nur die politischen Wege hin zu dem, was man als gut erkannt hat, die sind nach wie vor strittig. Außerdem streitet man sich, was ich ziemlich absurd finde, immer noch über die Fakten. Also, wenn ihr das besser verstehen wollt, hier findet ihr mein Video über die Unterschiede zwischen moralischen und politischen Handlungen.